. Hey, warum kann ich die tägliche Bellonung nicht abholen? Was soll die Scheiße, Mann? Yo, mein Lieben, so iso, schau, mal damit, hallo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und... Wir spielen heute wieder eine weitere Folge. Sky, 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 Wolves. Wuhu, huhu. Crawling in my ski, crawling in my ski. Doch, ihr fragt euch nur, Mit welchem Kit möge er spielen? Ja, wir spielen heute mit dem. Scheidet selbst, denn es ist Zeit für ein Quiz. Seid gewiss. A, dem Schleicherkit. B, dem Friseur. C, dem Rohrverleger. Oder doch, D, dem Tankkit. Kein Schimmern, die sagen mir alle gar nichts. Aber, das ist falsch. Denn natürlich war es E. Das war es, Juro, wirklich komplett. Tankkit. So, dieses Kit startet mit dem wundervollen Standard-Equip. Aber das kann es doch nicht sein. Als Zusatz haben wir, wir starten mit diesen wundervollen Iron Boots. Die neuesten Yeezys. Diese wunderschönen Hosen geklaut von Chicken Jones. Diese Brustplatte von Versace. Und dieser Hell gekauft von Gucci FC. Das Gute an diesem Kit ist, dass wir uns halt praktisch nicht ewig verstecken müssen. Sondern von Anfang an einfach gute Stuff haben. Und einfach auf die Gegner losgehen können. Woo! Digga! Woo! Leute. War das MLG oder war das nicht MLG? Ey, komm doch runter! Was soll die Scheiße, Mann? Oh Gott! Ja, wow. Wow! Stop! Komm doch! Woo! Ach, komm. Mann! Na, du Arschloch, komm her! Woo! Äh, also das war es, Juro, wirklich komplett. Zack! T-T-Woolz! Mit dem Tank Kid! Woo! Digga, was war das denn? Woo! Setz der oben auf die... Nein! Jensina kombiniert mit PvP Action! Woo! Wow! 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 Oh, tatsächlich. Wir sind im Finale angekommen, dass ich das noch erleben darf. Woo! Komm doch rüber, na, du Arschloch! Äh... Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Dass das Tank Kid ein gutes Kid ist? Das glaube ich nicht. Leute, das sollte auch von dem Video gewesen sein. Hier findet ihr die anderen Videos. Lasst mir eine gute Bewertung. Da teilt ihr das Video mit euren Freunden, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao!